R-E-W-R-M-S-I-D-E-T Wasch hier und wann was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich habe eine Menge, Menge hübscher Typen dabei. Alter, kommen wir nicht so nah bitte, okay? Das ist echt gerade ein bisschen... Luca ist mit dabei. Ich habe einen Fett-Pickel hier. Spendi ist mit dabei. Nico ist mit dabei. Gary ist mit dabei. Und Sascha. Ich nicht. Ich auch nicht. Wir sind alle nicht dabei. Wir sind nicht dabei. Genau. In diesem Sinne meine Freunde. Wir werden heute gemeinsam Runde Ekelbock spielen. Und wir haben hier ganz ganz leckere Sachen. Schau mal her. Ihr dürft uns jetzt echt komplett austoben. Bedenkt halt nur, alles was ihr gerade richtig scheiße eklig macht. Müsst ihr halt am Ende... Das war ich nicht. Selbstständig. Okay, lasst es einfach. Mach den Sascha, du Mist. Schau, alles was ihr eklig macht, müsst ihr am Ende selber trinken. Das heißt, es kriegt nicht zu sehr. Wäre ein Tabasco, wäre ein Kakao. Wir haben sogar noch eine angefrochene Tasche Bier. Ich würde sagen, ich gehe erstmal mit Bier und Tabasco. Das ist eine ganz geile Mischung eigentlich. So, das ist schon ganz gut eigentlich. Tabasco Bier kann man jetzt mal machen. Wie gesagt, ihr müsst vergessen, wir machen noch ein paar leckere Sachen. Wir machen so etwas. Hier Red Bull mit... A hier, grapefruit... Geht mega klar, oder? Kannst du machen. Oder Aloe Vera mit Apfelmus. Genau. Was hältst du von der Mischung? Gurkenwasser? Die Fetidone. Geisteskrank. Gurkenwasser. Gurkenwasser ist jetzt der Favorite bei diesem Ding gewesen. War immer dabei. Gut Essig, Alter. Mit einer Ladung Airan, Alter. Das ist so gut, Alter. Ey, ich verstehe den Sinn nicht. Es ist dein Video, klar. Aber wie kann man hier mit Sophie Elan an die Sache rangehen? Ja, geil. Gurkenwasser. Airan. Perfekt. Nächster Drink. Da verstehe ich die Luft dahinter nicht. Sorry. Es ist geisteskrank. Ey, sorry, ganz kurz. Das schmeckt richtig geil. Hier sind gerade ein paar Stuttgarter. Habt ihr eigentlich derzeit irgendwas Besonderes im Dezember? Kutemba! 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 Leute, wir haben hier, wie gesagt, nochmal was echt Geiles. Alter, Luca hat Krabbensuppe mitgebracht. Luca, wie kommt es dazu? Die hat meine Mutter gekocht. Ja? In der Dose aber? Ja, in der Dose gekocht. Krass, deine Mutter aber in der Dosen ist auch echt heftig auf jeden Fall. Ja. Boah, Junge, Balsamico-Essig ist ja so widerlich, wa? Ey, ganz ehrlich, die Todesmischung wird sein Kaffee, Grapefruit und Krabbensuppe. Das wird so ekelhaft, Alter. Perfekt, ich glaube, wir sind fertig, Jungs. Ihr könnt nicht mehr definieren, was was ist. Ich will da nicht mitspielen. Thomas Sterne noch. Nee, nee. Sorry. War ein Ding oder andere. Ja, das kriegst du nicht mehr weg. Finde ich. Sorry. Aber ich glaube, da fehlt noch was, oder? Scheiße, sorry. Drehen wir vom T-Shirt weiter. Das ist gar kein Ding für mich. Ich würde sagen, Nico, dafür gibt es noch ein paar Länge. An dieser Stelle für dich. Okay, wir spielen heute Team Göln gegen Team? Äh, Team Free. Team Free. Gut, Team Free. Okay, Team Crew-Tamber, Mann. Was ist los, Alter? Team Crew-Tamber, Crew-Tamber, Crew-Tamber. Krank unangenehm. Einer von uns beiden muss dringen, Luca, ne? Wir müssen uns überlegen, wer? Du. Komm, Sascha. Ja. Ja. Oh. Soll ich? Das hat sich richtig ekelhaft angehört, Alter. Das war echt? Das ist was Neices, F***ing, ey. War da so Stücke drin, Alter? Ja, da liegt doch noch ein Ball drin. Ja, ist ein Schockgüzel, kann man voll machen. Okay, Luca, du bist fertig. Mann, das ist doch beim ersten Wunsch. Oh, 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 oh. Der muss auftischen, Mann, du auch. Muss? Ja, wir haben Regeln. Da, dann, dann. Da, dann, dann. Fremdich halten nochmal. Nein, Gott. Junge, das ist doch viel schwieriger mit einem Dings. Oh, oh. Team Girl ist komplett am Rasieren. Team Girl ist komplett am Rasieren, Alter. Oh, oh, oh. Es ist dein, es ist dein, es ist dein. Es ist Bier mit Tabasco. Oh, 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 oh. Haben wir Joker? Wir haben Joker. Ich bin direkt den Joker und Spaß. Stefan Geris. Das macht keinen Sinn. Joker ist man einfach nur ein Opfer. Ja, wir haben einen ausgesucht. Stefan fragt so, da vorne. Also wird noch so, fragt ihr auch, willst du Joker sein? Joa. Chack, 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 chack. Wir brennen schon. Okay, Nico, du bist dran. Mach dich jetzt mal rein, bitte. Warte, 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 close noch von dem Drink. Das ist Kaffee und Kaffee bringt mich immer zum Kotzen, Alter. Korrekt, Luca, du spielst aber jetzt alleine weiter. Hast du nicht einen Tast mit einem Kaffee-Ratte? Ja, aber nicht so in der Mischung, Alter. Ich hab dich Kaffee... Mischung, Alter. Mann, Alter, ist voll! Lass mich jetzt treten, lass mich jetzt treten. Ey, das ist eine ganz üblümliche Mischung. Ich will auch was machen. Nicht, dass du noch auf dein T-Shirt konzt. Das sieht aus wie Scheiße. Aber super. Soll ich treffen? Mach. Na, dann treffst du eben. Das ist zweimal. Nee, nee, nee. Das ist zweimal. Ich war nicht, das ist zweimal. Erzähl, das ist zweimal. Sascha, jetzt machen wir eine neue Regel. Einmal gegen die Wand und dann rein. Weil jetzt fangen wir wieder vorne an. Gegen die Wand hinter dir. Mhm. Jo, jetzt hilfst dagegen und heulen. Das ist so krank ekelhaft. Das sieht so traurig aus. Oh, ganz geiler Typ. Oh, ganz geiler Typ. Oh, ganz geiler Typ. Geiler Typ. Geiler Typ. Oh mein Gott. Was ist das? Kakao. Oder? Bin ich gut. Warte. Da ist noch irgendwas anderes drin. Vielleicht Tabasco. Ich glaube Krabbensuppe. Ist das Kakao Krabbensuppe? Der Klassiker auf jeder Party? Ja, ist einfach nur Kakao. Machen wir es immer noch mit dem Pulli. Ja, ja. Ja, okay. Gar kein Problem. Oh, das zählt, Alter. Neifern. Das riecht nach nichts. Ab ist Apfelmus mit Tomatensoße. Ja, ich trink's jetzt einfach mal. Weil, ähm. Na, Junge. Mh. 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 Oh nein. Mh. 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 Zwei Mal auftischen Nico und dann rein. Ich hab da ne Zutat vergesst. Zweimal auftischen. Hast du die Krabbensuppe hab ich vergesst? Mh. 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 Ist ein bisschen weird, aber geht ab. Ich würde sagen, wir machen einmal gegen die Decke und dann rein. Also quasi, du tippst einmal auf und dann gegen die Decke. Das geht, Mann. Wir werfen einmal ins Felixzimmer und dann rein. Genau. Bei mir ist halt wieder so das Ding. Ich will halt nicht trinken. Mach einfach! Deswegen trinkt ihr halt jetzt. Juhu! 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 Was? Schaut mal, Freunde. Welche Kamera läuft gerade? Beide. Beide. Ja, was? Oh! 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 Jungs, ihr habt hier noch einen Jokal? Ja, aber! Digga, abackt ihr mal ab, Kollege. Echt richtig Bock, ich will auf, dass Video. Echt? Das Nacht noch so chillig ist. Geht das? Schmeckt geil. Ja? Sorn-Slurp. Ja, klar, Digga! Einfach auch so werden. Dann lass doch werden. Leon, die Hände sind weg! Und da kann er so oft eine Weltauftische oder was? Ja, safe. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Aber ich bin zuverlässig, alle. Hey, kannst du nicht das rüberzuhören? 25%... Das kostet... Nein! Wackertag! Hey! Boah! Nein! Dich rein! Dich rein! Dich rein! Dich rein! Boah! Schmeckt gut? Ne! Dreimal auf dich, Rega, komm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wünsche einen guten Appetit! Ja, also ich würde jetzt einfach sagen, gerade so, ich take den Sip und wir sollen es abgeben. Guck mal nach da hinten. Also ich bin schon der Überzeugung, dass das jetzt nicht das Ekligste ist von allen drei. Ich glaube auch, ja. Aber was ist, wenn da die Krabben-Suppe drin ist? Die ist so lecker, wenn da drin ist. Bier mit Kaffee, Digga. Nur Bier mit Kaffee. Vielleicht auch ein bisschen Krabben-Suppe. Meine Mutter kann echt nicht kochen. Digga, die machen das so gut. Die jeden Tag. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh nein! Ich habe Sau, Alter. Was geht? Niko, du warst, glaube ich, dran. Schaffen wir 4? Schaffen wir 4? Ging auch, oder? Ey, lass doch was anderes machen. Lass doch so sein. Ja, mach so, mach so. Nein! Nein! Ja, das ist nur Kaffee. Luke R! Da ist Krabbensuppe drin. Da ist richtig geil Krabbensuppe drin. Warte, ich hab schon ein bisschen was dabei. Guck mal, wenn das auf dich zuläuft. Wie das aussieht. Trink dich scharf! Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Geht, Luka, geht. Geht, du hast zu scharf. Gegen die Fallung rein, Freddy. Ich hab dich juré. Det ist schon gut. ivergültig, ergeht. Lass die Fallung rein, warte. Geht das, du hast du mit Flaschen. Geht das? Ja, geil. Verrhebben. Geht das, was ich. Dann kam... Geht das mal. Oh Ich weiß nicht, was es ist, aber ich wechsle, okay? Okay Ist eklig, aber geht Irgendwas bitter, sauer, scharf, scheiße Das war's mit diesem geilen Video, Leute, schaut auf jeden Fall bei Luca, Nico und Sandra vorbei Was habt ihr gerade ablaufen, Lukas? Spendi musste gar nichts trinken, Alter Wir machen noch eine Mische für Spendi, der musste gar nichts trinken Nein, warum? Spendi, 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 Spendi Es war verdammt lecker Super, ich will sagen, das war's mit diesem schönen Video, schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei Das war's, macht's gut, auch rein bis zum nächsten Mal, tschau Bis zum nächsten Mal, wechseln wir die